Hallo NBB! Hallo Biesten! Ja, also wir haben True Beasten mit dabei und das hier ist Agarest Generation of War, dieses Spiel, da freue ich mich schon seit einem Monat drauf, also ich habe das im Steam Shop gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, das muss ich spielen, weil es ziemlich viel Anime mäßig ist und so, wir wissen, das Anime gut. Das würde ich sagen. Äh, ja, ich habe doch kein Continuum Game, deswegen drücke ich jetzt erstmal auf New Game. Hauptsache, das steht da trotzdem. Ja, definitiv. Egal, ach du Scheiß. Aber was spielen wir denn? Ja, normal. So schönes Trage! Okay, ich dachte, wir starten mit Easy, weißt du, so ein bisschen... Ey, das schade ich mit Easy. Okay. Aha, Basic Pack. Hier, Refresh, Resorrect, Capture. Ja, okay. Ach, nur das nicht. Ah, Upgrade Pack. Stärke ab. Ja, klar. Ja, Offense-Defense Pack. Alles klar, nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir. Auch. Ja, Recovery-Skill Pack. Nehmen wir auch. Warum nicht? Nehmen wir auch. Alles rein in den Sack. Was auch immer das... Ja, Upgrade Pack 2. Also, ich bitte dich. Ich würde sagen, heute ist weiter. Ja, General Purpose Pack. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Auch das Magic Fighter Pack dürfen wir nicht vergessen. Ist das jetzt wirklich ein Vorbesteller-Bonus oder was das? Also, ich habe das Ding vorbestellt, das wird der Vorbesteller-Bonus sein. Ich hoffe, das wird das Spiel nicht so einfach machen. Aber scheinbar... Nehmen wir... Nehmen wir alles mit. Ja, oh mein Gott, okay. Legendary Monster Pack. Nehmen wir... Nehmen wir auch. Gold. 10.000 Bonus. Add on that. Add on that. 2. Add on that. 2. 3. 5. Oh, es geht los. Es geht los. Es geht los. 2. 42. 5. nói z wenn die Story bei Zelda auch immer so gut machen Cozmos Pass auf er macht sich Ja Leute ich hoffe euch wird das Spiel genaß viel Spaß machen Ich hoffe es wird viel Spaß machen From the Immolって darkness Toll. Gerd noch schnell. Das ist nicht nett. The world brought chaos to this new world. The world brought us with French. 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 Guck mal, das Gengendorf, das Feind. Und sein Minion von The Wall, das Blut und Gold. Das ist der Fall Simon, um ihn zu save the world, von destruction. Und nun Samaray, the Lord of Darkness. So, der Lord of God, der heißt Samaray. Ja, ich dachte, der heißt Ganondorf. Oder so. Warum heißt der? Samaray. Töne. Es ist nicht. Der Dark Lord called to him corrupted creatures, und es ist der Grudge. As well as Monster spawned from Elisha and Elisha, und es ist die Forces of Darkness. Oh, Forces of Darkness. So, guck mal, da vier Augen. Schade. Echt gruselig. Schade. Samaray is evil, who broke the ghost of life, and who is starved. A home full of righteous fallen, and who wants to death fell upon the world, and who is like flesh under the window. Haha. Wahrscheinlich stand da nicht window. Das auch nicht. Three times Samaray was defeated, obwohl ich schon dreimal besiegt, but always returned. Many of the races of the world were destroyed by the war. Eventuell the power unleashed by the gods was too much. Hey. Du bist zu langsam. Ich kann nicht schneller lesen. Also ich könnte schon schneller lesen, aber dann mach ich Aussprachfehler. Und die sowieso schon machen. Das wird krammelt. The six gods, who had survived, bowed their hands. They burned the lives to rust the darkness in the war for seven days and witnessed their team falling like rain. Haha. If there were tears, life returned to the world. In the final act of sin, who sacrificed, the six gods gave their life to return to the last places to the world. Our best. Our best. Our best. Our best. If the death of the gods, the age of risk was, and the world. Thousand upon thousand of years passed. And the world did some swear for God. Our best was. Faith in life. If darkness did not gain. Our best. Our best. Creators of the world. It's icy tantrum scratches across the world of ignorance. And do you want to summarize what you think? There was God. There was evil. There came again. And the other gods died. And now you're here. That's the story for me. And we're dead. And we're dead. God. 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 Youmed. Guck mal, ich bin da einfach auf dem Kopf drin. Ja, glaub ich auch nicht. Ich hab's verklopft, ja. Erstmal verloren. Erstmal muss ich das Intro jetzt verloren, dann guck schade. Ja und hart. Das ist bestimmt eine Frau gewesen. Ah nein, das ist Leon. Ah Leute, man kann auch böse und gut sein. Die Ruhe. Ah ja. Ich dachte. Nee, jetzt kommt ein Übersetzungsgerät. Ach, guck mal gerne. Leonhardt, wie war das? Ich bin bereit. 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 Fällt Ihnen etwas Leonhardt? Die Truppen sind bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh. Oh, der trägt ne Rüste, ne. Leonhardt. Ja, der trägt gar nicht. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was heißt Pan of May? Ich bin bereit. Hey, du bist klar. Okay. Ja. Der Mann hat Wandel. Ich hab aufgegeben, dass du was erst. Ja, ich glaube auch. Besser. Ich bin bereit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist das? Ganz genau, der ist ja. Ich bin bereit. Mein Geist ist, dass mein Herz ist, ist es einfach. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist das, dass er nicht so viel geschlafen hat? Oh, man, I wrestled before, better, sir. Also, denen steht wahrscheinlich ein grosser Kampf bevor. Ich glaube, dass es war der Typ, der ihn von Crossbowl, sah nicht genauso aus wie den Spytinger. Was ist der gute alte Leon Hark? Was ist das, was ich in den Namen des Himmels von Siegevot? Was ist die Frage eines solchen Läden? W Airaut нас so verpasst, mit den Namen des Himmels von der Heimton. Wenn ich den Namen des Himmels von Siegevotats,ثede ist, was sind der Forte, die Schwerpunkt des Himmels von diesen Schläten zu sehen, zu denen Siegevotats, was die Geschichte des Himmels von Siegevotats oder mit dem Namen des Himmels von Siegevotats? So.. Ich bin ein bestimmter Mann, der in einem Blumenrecht zu erforderen ist. Ich habe einen Schikann geblieben, dass das so ist. Ich bin das so viel, viele Menschen aufhören. Und es ist das... Das ist viel, dass die Menschen auf dem Weg nachdenken sind. Ja. Ja. Hi. 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 Leon hat nämlich harte Hilfs. Nein. Er möchte nicht kämpfen, aber tut's trotzdem. Du sollst Leone! Kasimaru! Hei-ri-ri-goh-re-ro! Ich sag jetzt, befehlt er den Leiden im Trink zu ziehen. Warum ist sehr der oberbe Fehlshaber? Der sind aus vier... Der hat es nicht! Zehn! Der hast du nicht gesehen, der hat so Arminett und Heiz gehauen. Das macht es besonders. Das macht den Jungen. Oha! Ich lege da los. Ich lege zu Becken. Ich lege die Sportparte. Oha, das ist der elftigste Krieg, den ich hier gesehen habe. Drei Leute gegen vier Leute. Ja, sie ziehen in den Krieg. Ja, ich möchte mal zum Beispiel Mufasa erlernen. Mufasa? Mufasa! Spoiler, der stirbt. Ich kann nur mehr. Du kannst deinen Charakter während der Mufasa bewegen. Während Mufasa. Also ich kann, die in den blauen Bereichen, oder die blauen Bereiche für meine Schrecken, und die in den blauen Bereichen nicht mehr werden. Und das ist das. Ich hoffe, ich darf erst auch ein bisschen Kritik einsetzen. Und es kostet sich eine Freikart zu folgen. Deswegen ist er noch nicht die. Nein, du kriegst das hin, der Strategel. Ja, ja, genau. Das ist doch mein Lieblings-Doh. Das ist gerade der Ding, Mann. Das ist es. Was war das? Das ist halt der Korrektor. Das ist es, ich kann sagen. Das ist es. Okay, in der Richtung, in die ich gucke. Okay, darf ich da mal angreifen. Wie viel Spaß? Wie weit und der Ding, Mann? Wie viel Spaß hat, das ist es. Wie viel Spaß hat, das ist es. Nee, nicht auf die, die ich gehofft bin. Nein, ich muss nicht auf die Schlagfläche, das heißt, sie ist nicht auf die Schlagfläche. Wollt ihr das einweisen? Nein, 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 nein. Das ist ja eine Muff-Fase. Ah, voll anstrengend. Hä? Den habe ich vergessen zu übergeben. Ja klar möchte ich über die Action-Phase mehr erfahren. Okay, über die Action-Phase. Nach der Move-Phase kommt die Action-Phase. Das ist fast ein Pin in die Uhr. Ja, das wird nicht mehr. Ja, also. Die Reihenfolge nutzen sich dabei für viele andere Themen an. Weil die Action-Phase geht. So, okay. Wenn man ein Kaffee und ein Zeug treffen kann. Und dann wieder anbleiben. Wieso ist da nicht dieser Buch? Jetzt kann man wieder anbleiben. Ja. Ja, wie das geht. Ja. Wie das geht. Und so hätte man die Sätze müssen. Volles Möller. Halt's nicht getan. Aber es verliert bestimmt das Treffen. Wir haben zu Patten, die US und Red, die Sonne nachher zu gehen. Ein Herz auf dem Ball, wenn man die Sätze rauskommt. Manche auch Leute. Ein paar W-Rats. Ich kenne es aus. 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 Eins, zwei. Ja, das ist gut. Ich kenne es aus. Ich kenne es aus. Ich kenne es aus. Ich kenne es aus. Das ist doch klar. Das ist doch klar. Macht er nicht! Ich hab ihn. Lass mich so nicht mehr fahren. Warum wurde dann, ne? Weil ich jetzt brauchst mit ihm eindeutig. Jetzt muss ich mal gar nicht hin. Okay, es gibt dann noch Stabby. Ich hab ihn erst gemerkt. Ja, das heißt, das ist dann, ja. Das ist doch einfach, das ist so das Problem. Ich hab ihn nicht. 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 Wunderschön. Ich hab ihn nicht. Wunderschön. Kannst du das auch nur ein paar lang? Äh, nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Es wird mir leid, aber es wird zu gut sein. Ja, ich kann gar nicht mehr zu gut sein. Was ist dann nicht da? Aber den kannst du angreifen. Ich glaube, der Scheiß kann nicht mehr sein. Das ist ein Rippeer-Tüter. Hahaha! Was ist denn das? Ja, geil! Ich hab den ausgenommen und hab Gras bekommen! Bewusstsein! Oh, weine. Ich versteh diese Scheiße nicht. Oh, ich bin ein Rassenkund. Was ist das? Hup, hup! 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 Hup, hup! Ja, das ist gar nicht so gut. Kommt wieder angetan. Ja, die Hälfte. Ah, jetzt kommt der dran. Das ist ja dann noch so gut gebraucht. Hahaha. Das ist so reichig. Ja, ich weiß ja nicht, jetzt kommt der Anteil von dieser Welt zu machen. Ja. Ja. Kann man nicht zu deutlichen Vagabend du? Sie hat viele Vagabend zu sehen. Sie hat uns doch noch nicht! Oh... Da ist jetzt noch ein paar Hände! 2-Hit Das war angreifend Wir haben doch alle, das geht so, um zu angreifen 3-Hit 5-Hit 1-Hit 1-Hit 5-Hit 5-Hit Was sagst du, was mich nervt, dass dieses hier? Das war Blödsinn. Was sagst du, was sagst du, was sagst du, was sagst du? Was sagst du, was sagst du, was sagst du, was sagst du? Was sagst du, was sagst du, was sagst du, was sagst du? Was sagst du, 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 was sagst In Ordnung. Doppel. Aber wir haben ja jetzt los, was wir im Schaden, eigentlich. Ich weiß es nicht, ich habe vielleicht schon den Fettkampf geklappt. Er macht nix. Der hat doch kein Damage gekriegt, das ist der Soge, auf den wir am meisten gebaut haben. Aber kommt irgendwann aus der ganzen Reihe, macht dann... Der Kampf hat ewig gedauert und Rang A aber, ich meine es gibt bestimmt auch Rang A. Ja, siehste, das ist fast... Deswegen, wenn du die Musik hören würdest, das war fast wie... Ja, ich möchte meinen... So, und damit wäre auch schon... Die erste Folge vorbei, danke fürs Zucko. Danke euch allen. Aber... Sei es jetzt nicht so... Ich glaube ich bin da... Ja... Also, jetzt gibt es noch... Bis zum nächsten Mal! Hm... Wo ist denn der Freund? Und dann?